recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer 24 von astro near und ja wir wollen in die höhle und wollen ein bisschen forschen und das machen wir jetzt gleich nach dem intro bis gleich so dann gehen wir da mal hin wir waren ja schon ganz nah dran wo war das denn runter gegangen hier also vielleicht sollten wir mal schauen schiff taste war schnell laufen vielleicht sollten wir mal schauen was ich das hier ist ein forschungsobjekt oder ja klar das soll dann klima ausgraben oder nur noch eins und dann das ganze noch nicht wegspalten so die beiden haben wir und jetzt haben wir das auch konnte man das nicht jetzt ja jetzt dachte ich man könnte den nehmen aber das war wohl nicht so okay dann nicht dann gehen wir da mal gerade die beiden sachen erstmal abgeben da ist es und jetzt packen wir das dann mal warte wenn ich das da reinpacken geht das dann da rein nein ja weiß ich auch nicht sehr schön wenn der automatismus läuft und der mordrak hatte mir geschrieben dass ich mit der erdzentrifuge schauen muss dass ich eine andere plattform nehmen die plattform die ich jetzt genommen habe die war jetzt nicht so prickelnd die ist ja ohne dieses ding diese mittlere die hier auch schon beim forschungs ding da habt ist wohl die bessere okay da müssen wir uns dann mal darum kümmern aber jetzt gerade nicht jetzt wollen wir erst mal in die höhle jetzt bin ich am überlegen komme ich mit dem wagen darunter ok so nicht schon gleich wieder leer warum geht das jetzt nicht ich wollte doch nur f drücken dann geht er doch an jetzt anschalten schauen wir mal dass wir saft kriegen steigen ein und fahren mal darunter wenn es dann mit dem fahren so klappt wie ich mir das vorstelle stopp mal dass dahinten schon eine rampe weiß ich jetzt gar nicht gute frage ne hier ist ja keine rampe runter wo waren die rampe ich glaube hier war gar keine rampe ja gute frage ja und da ist der strom schon wieder alle ich wollte nur den anmachen und weiß jetzt gar nicht wieder runter gekommen bin haben wir nicht hier hinten schon eine rampe irgendwo gebaut gehabt oder vertue ich mich da jetzt gerade nee das war keine rampe aber da geht es runter vielleicht sollten wir da mal gucken dass wir hier eine rampe rausbauen können wenn die andere rampe die ich letztes mal genommen die gegner zu fuß vielleicht kriegen wir hier was ordentlich gebaut so als rampe okay da geht es gleich schon wieder tiefer oder was oder nicht da geht es dann tiefer ich glaube das ist hier gar nicht verkehrt dieses hier mal umzubauen ja das mit dem umbauen das mit dem umbauen so soll das nicht sein das sollte so sein da haben wir mehr als glück gehabt dass wir da gar nicht reingefallen sind einmal wieder zur leitung hier energie auftanken so wie machen wir das jetzt am besten hier dann ja und da will ich jetzt nicht runterfallen können das ja erstmal nochmal so zu machen hier vielleicht keine energie ok dann gehen wir erstmal energie tanken so energie haben wir wieder da müssen wir schauen dass wir jetzt die rampe weiter kriegen also ganz gefällt mir das noch nicht so mit der rampe jetzt hier ich die rampe auch so hin dass ich die ja wie kriege ich eine rampe die so ist wie ich sie haben möchte so vielleicht so 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 ist das schon nicht schlecht strome sowieso gerade wieder alle ok da ging noch nicht dahin so geht es da oder ja ich glaube da kann ich rein fahren das schaffe ich so so ein tee ding hier noch her so dann würde ich jetzt hier rein fahren in dem sinne also wir müssten wieder ein thema schön hier so am rand da nicht ich glaube jetzt nehmen wir das auto mal mit und fahren da drunter oder aber kurz einmal den anmachung und mit dem auto ist man ja sofort da aber das auto geht das da rein ja könnte rein gehen doof ist dass ich jetzt gerade nichts sehe dann ob wir stellen aber besser auswahl da ist das loch was wir erst noch vielleicht zu machen sollten würde ich jetzt so machen und jetzt tja sitzen wir hier wo schwer ist also die rampe ich glaube die richtige ja ich glaube so runter ist schon nicht verkehrt keine energie dann müssen wir zur energie zurück die da ist ja da geht schon runter das ist schon mal gut wieder keine energie mehr das heißt wieder zurück gehen wieder ein bisschen saft holen wieder darunter sprinten ja wir sind gleich unten das ist schon mal gut wieder kein saft mehr hier unten aber gerade keine leitung jetzt müssen wir nur wieder hoch finden da ist eine wand und dann laufen wir mal so saft ist auch wieder da einmal schnell runter und hier sind wir dann unten oder ok jetzt müssen wir mal umschalten das ist keine energie mehr da da hinten ist eine leitung aber ich glaube die erreiche ich jetzt mal oder ich gehe mal lieber wieder den weg zurück den ich gekommen bin da weiß ich dass ich da hinkomme bevor ich da runter falle und mich verletzt habe so noch einmal hier aufladen und dann sollten wir das da unten ja auch hinkriegen ich könnte natürlich den wagen auch mitnehmen da fällt mir gerade so ein aber ich glaube lieber einmal noch mal runter baue das fertig und dann würde ich sowieso erst wieder zurück ins lager fahren ok ich glaube hier mal der ruckel sowieso nicht so doll nur so ein ganz bisschen nicht so viel darunter aber es geht glaube ich noch so jetzt müssen wir auf jeden fall hier erst mal hin dann haben wir hier mal gerade auf ja wir haben es auf jeden fall jetzt so ein bisschen geschafft in diese richtung hier steht unser auto das steigen wir jetzt erstmal ein wir sind also mit der rampe relativ fertig die müssen wir vielleicht noch ein bisschen verfeinern jetzt ist jedoch die frage wie wir hier drehen ok ok haben wir geschafft die lenkung ist nur irgendwie doof gerade so jetzt ok wir sind wieder raus das ist schon mal gut da ist die basis ok ja entschuldigung fangen wir erstmal zur basis und steigen aus setzen hier noch den zweiten forschungspin da rein weil der eine ist ja fertig können wir den erforschen bringt ein bisschen mehr und dann gehen wir abspeichern und das ist alles gut dann machen wir in der nächsten folge weiter ich würde mal sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine uhr macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir jetzt nächste video lade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen bis zur nächsten folge ciao